Jesus sagt ihn und sagt, dir fehlt nur eines, geh ihn, verkaufe alles, was du bützend hast. Gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Also komm und folge mir. Er jedoch, genervt von diesem Wort, ging traurig weg, weil er viele Besitzstümer besaß. Da sagt Jesus sich umschauend zu seinen Jungen, wie schwerlich werden sie in das Reich Gottes eingehen. Jesus wird dann, wo er sich umschauend hat, wie schwerlich werden sie in das Reich Gottes eingehen. Então, vem, segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos, quão dificilmente se entrerão no reino de Deus, que tem riquezas. Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, eines fällt dir, geh ihn, verkaufe dir, was irgend du hast, und gib es den Armen, und du wirst deinen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach, das Kreuz aufnehmen. Er aber ging betrübt über das Wort traurig hinweg, denn er hatte vieler Güter. Jesus blickte umher und sprach zu seinen Jungen, wie schwerlich werden die, welche Gute haben, in das Reich Gottes eingehen. Jesus blickte umher und sprach zuичеitieren.